Beate Forster, willkommen zurück, nach gutem Monat, wo sie zu schauen mussten, wo sie zuhause mussten, wo sie keine Wettkämpfe bestreiten konnten. Wie hat sich der letzte Monat für sie angefühlt oder wie ist es ihnen gegangen? Ja, es war ein spezieller Monat. Es war eine zähe Sicht, der Virus. Zwei, drei Abklärungen mussten wir treffen, aber schlussendlich haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben den schnellen Rückweg forciert. Darum haben wir heute gute Spiele gefunden und haben mich wirklich gut gefühlt. Ein bisschen Spielpraxis hat gefehlt, aber das ist normal, wenn man vier, fünf Wochen nicht spielt und wenig Mannschaftstraining hat. Aber soweit habe ich mich gut gefühlt.